So, willkommen in Spar. Und leider starten wir von ganz hinten. Super langsam. Jetzt machen wir mal was wir machen können. Wahrscheinlich nichts. Ein paar haben gar keine Zeit gefahren. Ich habe einfach die schlechteste Zeit. Keine Ahnung warum. Ich bin voll am Limit. Stehender Start. Kalter Reifen. Ich gebe alles. Wir können nur gewinnen vom 20. Und einfach alles verlieren. Irgendwann geht es bestimmt los. Jetzt. Green, green, green. Car on your left. There's an incident ahead. Car stopped on the right. You're on the right. Three wide. Car on your left. Two wide. Go right. You're in the middle. Three wide. Go right. Still hold. Car right. Two wide. You're in the middle. Three wide. Meine Fresse. Wir haben es überlebt, glaube ich. Ohne Schaden. You've got a slow car on the right. There's an incident ahead. You've got a slow car on the right. There's an incident ahead. Ich glaube, das sieht doch ganz gut aus. Okay, wieder was passiert. Ich weiß nicht, welche Position ich bin. Achtung, also wenn die so Schikane reinfahren, dann gute Nacht. Achter, okay. Achter, okay. Achter, okay. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Die werden schon gejagt. Und die 29 ist weggedreht, jawohl. Noch kann ich besser laufen für uns. Noch zwei Minuten. Dann kommen wir schön ran. Weil es jetzt so richtig warm war. Oh ja. Ich muss noch ein Rückschwiebel zeigen. Oh, ist das geil. Ist das geil ist das Geil. Ist das geil ist das Geil hier. Aber ich glaube mich jetzt nicht hier irgendeinen Move zu machen. Schön, das hat auch gut funktioniert. Es hat sich jetzt die Fastest-Lap in der Session gesetzt. Das sieht gut aus. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Left side, clear Untertitelung des ZDF, 2020 Left side, clear Right side, stay on the left Deep to the left Deep to the left, clear Deep to the left, clear Deep to the left, clear Anstrengend, aber gut You're alright, Tim, I'm not doing anything Oh, it's all done You have about five laps of fuel left, car on your left, still there Stay on the right, clear Clear No, 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 no Untertitelung des ZDF, 2020 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 Komm schon. Das sauge ich zwar ran, aber da gebe ich mich mit dem siebten zufrieden, ich glaube schon. Ich mache jetzt einen richtig dummen Fehler da vorne, da kannst du natürlich noch dran profitieren. Es gab eine Berührung und ich glaube, er wurde es qualifiziert. Das war klasse, sechster Platz. So, da fliegen die Autos. Jetzt suchen wir uns gleich schon mal an. Aber, oi oi oi, da geht uns also wirklich ab. Und wenn er tobt, wenn es was da geboten bekommt. Wir kommen schlecht weg. Wir probieren es etwas innen. Trotzdem vorsichtig, wir wollen ja nicht irgendwo reinrauschen. Das ist der Ferrari. Mit Klaren. Mit unserem Waifu. Wir machen noch mal langsamer. Wer ist denn da vorne? Ui oi oi oi. Das sah also echt. Da haben wir echt Schwein gehabt, dass wir da gut durchgekommen sind. Er brampt in der Fuß, fährt. Innenseite. Willen überholen. Und ja. Absolutes Carnage. Absolut katastrophisch. Und hier fliegt auch einer durch die Luft. Absolut. Und dann fällt er noch. Er hätte da mehr bremsen müssen. Hat er jetzt kein Recht gehabt, da reinzustechen. Dann unnötig. Und er ist auch nach vorne. Das ist total scheiße für ihn. Sehr schön. Geht rein. Geht von hinten ab. Dreht sich nochmal. Wird nochmal gedreht. Geht nochmal ab. Absolut. Das ist ja absoluter Wahnsinn. Hier ist ja jetzt ein Auto zum Fliegen. Und klack. Und klack. Jawoll. 10 von 10 Punkten. Ein bisschen Gas gegeben. Rausgedreht. Schauen wir mal was hier passiert ist. Zack. Hühngebremst. Spätgebremst. Hinten drauf gefahren. Das Rennen ist beendet. Jetzt. 1 2 1 2 2 2 2 3 3